Wir streiten jetzt, welche Make-up-Produkte die wichtigsten sind. Bronzer! Wichtig! Sehr unwichtig. Nein! Unwichtig! Platz 9, 8, 8! Nein, niemals. Ich würde auf 3 setzen, das heißt, wir treffen uns in der Mitte. So 5, 6? Ja, 6, 6, damit kann ich leben. Setting Spray. Ich liebe eigentlich Setting Spray, aber ich würde verzichten darauf. Ja, man kann darauf verzichten. Wer hat meine Freunde? 8, ja, machen wir 8, meine Nase hoch. Foundation. Oh, ich liebe Foundation, ich weiß, du magst es nicht so. Also schon, aber halt Concealer. Wichtiger, ja, ja. Nein, ich bin Team Foundation. Solang es unter der... Können wir 3? Nein, 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 nein. Hallo, hallo, hallo. 5. 4. Lips. Alles Lippen? Schon wichtig, oder? 3. So wichtig? Oder, gell? Weil wir tragen eigentlich voll oft keine Lippen. Wir machen 5. 5, ja, für die Glosse. Concealer, ja, schon wichtig. 2, oder? 9. 9? Nein, das hat Spaß. 2, oder 3? Du darfst aussuchen. 2. 2. Okay. Oh, ich hasse Puder und die Paula liebt es. Aber wir wissen eigentlich, was ist die Nummer 1? Nein. 3. Nein, gell? Oder 7. Nein, Spaß, wir machen 3. Echt? Ja, weil ich tue ja immer Bacon. Okay. Und zum Bacon braucht man Puder. Für mich ist Primer sehr wichtig. Ich mag ihn schon, aber er ist jetzt nicht... Für mich ist er sehr wichtig. 7? Ne, 9. Oh. 9. Okay. Aber dafür krieg ich irgendwas. Oh! Ich liebe... Nein, 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 nein. 7. Mindestens 7. Wenn nicht 1, dann 7. 7 kann ich mir einreden. Und ich wette, jetzt kommt deine Mascara. Oh. Ich liebe Flasch. Ich auch. Oh, es fehlt noch Mascara, oder? Es fehlt noch Mascara, oder? Und Augenbrauen. Wäre ich etwas machen? 7, oder? Oh! Es tut weh. Es kommt jetzt. Es kommt jetzt nicht gleich. Ja! Okay. Das Richtigste. Okay. Ups. Damit kann ich leben. Ja. Ja. Ja.